. Nowak oder Harrison? Saras Fans wollen diesen Nachnamen Sarah Nowak, 26, oder Harrison – das ist hier die Frage. Schon in wenigen Tagen ist es soweit, bei der Ex-Bachalur-Kandidatin und ihrem Schatz Dominik Harrison, 26, wird es richtig ernst. Am 11. November steht die Hochzeit des Paares an. Da stellt sich doch gleich die Frage, welchen Nachnamen wird das Model eigentlich annehmen? Promiflas hat nach eurer Meinung gefragt und ihr seid euch sicher 87,6 Prozent der Umfrageteilnehmer, 1400 Stimmen, glauben, dass bald eine Harrison sein wird. Nur 12,4 Prozent, 198 Stimmen, halten es für wahrscheinlich, dass die werdende Mami ihren eigenen Nachnamen behalten wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017